Es gibt Nächte, da bleibt man besser zu Hause. Es sei denn, man ist bereit für eine Begegnung der besonderen Art. Mit Seelen und Empfindungen aus einer anderen Welt. Was, wenn die Tore dazu geöffnet würden? Für einen kurzen Moment die Tore in das Castiglio Mystico. Mysteria, die große Show zu Halloween. Vom 24. Oktober bis zum 1. November im Europapark.